Flashprint ist der Name desjenigen Slicers, der zu Flash-Forge 3D-Druckern mitgeliefert wird. Dieses Programm ist sehr leistungsstark. Allerdings sind die Einstellmöglichkeiten sehr umfangreich, sodass gerne so manches Goodie übersehen wird. Dieses Video zeigt, was die Software leistet. Um die Funktionen des Programms zu erlernen, ist es nicht zwingend nötig, ein 3D-CAD-Modell zu erstellen, da Flashprint bereits mit Beispieldateien versehen ist, die dazu genutzt werden können. Bei gedrückter linker oder mittlerer Maustaste ist es möglich, die Ansicht zu verschieben. Mit gedrückter rechter Maustaste kann die Ansicht im Raum gedreht werden. Wird hingegen auf den Button Ansicht geklickt, so öffnet sich ein Fenster, in dem bestimmte Ansichten unmittelbar aufgerufen werden können. Diese sind Drauf-Sicht, Untersicht, Seitenansicht von links, Seitenansicht von rechts, Vorderansicht und Hinteransicht. Mit dem Button Bewegen wird ein Fenster geöffnet, in dem sich weitere Buttons befinden, die das Bewegen des zum Druck geladenen Teils erlauben. Dabei kann das Teil mit den X-, Y- und Z-Buttons direkt bewegt werden. Dies ist in der XY-Ebene auch mit gedrückter linker Maustaste möglich. Sehr hilfreich ist die Möglichkeit, das Teil über den Button Mitte sofort wieder in die Mitte der Bauplattform zu stellen. Der Button auf Plattform hingegen dient dazu, das Teil in der Z-Achse auf die Plattform zu legen. Wird der Button Drehen angewählt, erscheint ein Fenster, das es erlaubt, das ausgewählte Teil in der X-, Y- und Z-Achse zu drehen, was auch direkt mit der Maus geschehen kann. Über den Button Zurücksetzen können die getätigten Drehungen wieder annulliert werden, sodass das Teil wieder in die Ausgangstellung zurückversetzt wird. Der Button Skalieren erlaubt es, das ausgewählte Teil zu vergrößern oder zu verkleinern. Solange die Option Einheitliche Skalierung aktiviert ist, geschieht dies in allen Achsen gleichzeitig. Über den Button Maximum wird das Teil sofort auf die maximal mögliche Größe skaliert, während ein Klick auf den Button Zurücksetzen dazu führt, dass das Teil wieder auf die ursprüngliche Größe zurückskaliert wird. Ist gewünscht, das zu druckende Teil in zwei einzelne Teile zu zerteilen, so kann dies per Klick auf den Button Schneiden in die Wege geleitet werden. Zum Schneiden ist der Button Start Schneiden zu betätigen, damit die Teilung ausgeführt wird. Diese Zerteilaktion kann mehrmals durchgeführt werden, wozu ein Klick auf das zu teilende Objekt auszuführen ist. Die Teilung kann nicht nur per Ebenenwahl, sondern auch per Maus vorgenommen werden. Die standardmäßig in der Objektmitte liegende Teilungsposition kann über einen Werteeintrag im Fenster Position angepasst werden. Wurde versehentlich eine falsche Teilung vorgenommen, so kann über Bearbeiten rückgängig jede Aktion getilgt werden. Der Button Extruder dient zum Festlegen, welches Objekt mit welchem Material gedruckt werden soll. Sei es, um Filament mit einer bestimmten Farbe an einer bestimmten Stelle zu verwenden oder um diejenige Struktur auszuwählen, die mit einem wasserlöslichen Filament gedruckt werden soll. Dazu wird zunächst ein Objekt angeklickt und anschließend ein Klick auf Link an Extruder verwenden oder Rechten Extruder verwenden ausgeführt. Auf diese Weise wird festgelegt, welcher Extruder welches Teil zu drucken hat. Der Button Verwendung von Dual Extruder Duplikat ist dann anzuklicken, wenn eine Kopie des zu druckenden Teils erstellt werden soll. Über den Button Zurücksetzen kann die getroffene Wahl wieder rückgängig gemacht werden. Soll ein Spiegelbild des Teils erzeugt werden, ist der Button Verwendung von Dual Extruder, Spiegelung, anzuklicken. Ein selbst erstelltes CAD-Modell muss beispielsweise im STL-Format vorliegen, damit es per Klick auf den Button Laden in den Slicer geladen werden kann. Neben dem STL-Format können in Flashprint auch die Formate OBJ, 3MF, SLC, X3G, BMP, PNG und JPEG importiert werden. Die importierte Schiffschraube kann nicht direkt ausgedruckt werden, da das Filament bei den Blättern keinen Halt finden würde, daher ist es nötig, eine Stützstruktur zu erzeugen, was als Support bezeichnet wird. Support ist ein englisches Wort für Unterstützung. Der Slicer erkennt automatisch, wo diese Unterstützung nötig ist, damit das Filament problemlos aufgetragen werden kann. Über den Button Support gelangt man in eine neue Ebene, die zum Erzeugen der Supportstruktur dient. Ein Klick auf den Button Autosupports erzeugt eine Stützstruktur. Stellt diese nicht zufrieden, kann sie mit dem Button Supports löschen wieder entfernt werden. Über den Button Support Einstellungen besteht die Möglichkeit, festzulegen, welche Art von Stützstruktur erzeugt werden soll und wie filigran diese vom Drucker ausgeführt wird. Nach je einem Klick auf OK sowie den Button Autosupport startet die Berechnung der neuen Stützstruktur. Dies kann so lange wiederholt werden, bis eine optimale Stützstruktur gefunden ist. Untertitelung des ZDF, 2020 Bei gedrückter rechter Maustaste ist die Stützstruktur von allen Seiten betrachtbar. Mittels des Mausrads kann die Ansicht gesoomt werden. Am rechten Bildschirmrand befindet sich ein Schieber, der es erlaubt, die Stützstruktur optimal beurteilen zu können, indem das zu druckende Teil durchsichtig gemacht wird. Zur Erläuterung der Druckereinstelloptionen wird erneut der Quader herangezogen. Die Einstellmöglichkeiten des Slicers erlauben es, den 3D-Drucker mit optimalen Werten etwa hinsichtlich Verfahrgeschwindigkeit, Extruder und Druckbettemperatur oder Teileauflösung zu füttern. Manche Begriffe im Optionenmenü sind erklärungsbedürftig. Die Bezeichnung RAFT steht für die erste Filamentschicht, auf der das eigentliche Bauteil aufgebaut wird. Diese Funktion ist in der Regel nicht nötig, wenn die Bodenschicht des Teils keine besonderen optischen Ansprüche erfüllen muss. Falls doch, wird diese aktiviert, wobei sich als RAFT-Material PVA anbietet, da dieses sich im Wasser rückstandfrei entfernen lässt. Die Option WALL ist besonders für 3D-Drucker mit zwei Extrudern wichtig, da diese Druckermodelle die Eigenschaft tropfenden Filaments beim automatischen Extruderwechsel besitzen. Ist diese Option aktiv, dann berechnet der Slicer rund um das eigentliche Objekt eine Wand, die dafür sorgt, dass das primäre Druckteil sauber ausgedruckt wird. Als BRIM werden mehrere Filamentrein bezeichnet, die in Richtung des eigentlichen 3D-Objekts gelegt werden. Diese Option hilft, Haftprobleme des zu druckenden Teils auf der Druckplatte zu überwinden. Die auf diese Weise erstellte Filamentschicht berührt knapp die Außenwand des primären Teils und muss später entfernt werden. Als Füllmuster stehen Linien, Waben und Dreiecke zur Verfügung. Mit dem am linken Bildschirmrand stehenden Schieber kann ein Blick in das Innere des Teils geworfen werden. Die Wahl des Füllmusters entscheidet über Gewicht und Belastbarkeit des zu druckenden Teils. Je höher die Fülldichte, desto kleiner fallen die Füllmuster aus, wodurch die Belastbarkeit, aber auch das Gewicht sowie der Filamentverbrauch steigen. Ein Skirt wird von Flashprint übrigens standardmäßig ausgeführt. Dabei wird eine Hilfskonstruktion erzeugt, die anders als der BRIM abseits des zu druckenden Teils erstellt wird. Diese Funktion ist dafür vorgesehen, den Filamentfluss in Fahrt zu bringen. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass das Filament beim Druck des eigentlichen Teils sauber fließt. Ein besonders interessantes Feature von Flashprint ist die Möglichkeit, Fotos und 2D-Grafiken in die dritte Dimension zu bringen. Damit ist es beispielsweise möglich, plastische Bilder, stimmungsvolle Teelichtlampen oder nützliche Stempel zu erzeugen. Nach dem Einlesen der Bilddatei ist festzulegen, ob dunkle oder helle Bildbestandteile die Dicke bestimmen. Zudem ist auszuwählen, ob Flashprint das Bild um eine Kugel bzw. einen Zylinder legen soll oder ob es als ebenes Element behandelt wird, dessen Bestandteile erhaben oder vertieft eingeprägt werden. Nicht minder reizvoll ist es, ein Foto um einen Zylinder zu legen. Dadurch kann beispielsweise eine ganz individuelle Blumenvase oder eine Bleistiftbox erstellt werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017